Hey Kinder, was geht bei euch ab? Herzlich Willkommen zu diesem YouTube CSGO Skin Giveaway. Es geht um dieses StatTrak Gutknife Rust Code, gesponsert von Skin Baron. Eurem und meinem Partner, wenn es darum geht, CSGO Skins zu verkaufen oder eben zu kaufen, für echtes Geld. Das heißt, wenn ihr eure Skins verkaufen wollt, für echt Geld direkt auf euer Konto oder eben auf euer PayPal Konto, da seid ihr da genau richtig. Vielen Dank natürlich an der Stelle wieder an Skin Baron für diese geile Gabe. Es ist einfach richtig nice, euch als Partner zu haben. Wer hier mitmachen möchte, schaut jetzt einfach in das Video rein, denn da erkläre ich, wie es geht. Schaut es euch also ganz an, es wäre hilfreich. Ich mache hier ein kleines Arms Race, natürlich live, wow. Während ich euch geschwind erzähle, wie man am Giveaway teilnehmen kann. Keine Sorge, es ist nicht schwierig. Zuallererst sage ich wie immer, man muss kein Abonnent sein. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mich abonniert, aber es ist keine Pflicht. Ja, ich will keine toten Abonnenten, die nur da sind. Oh mein Gott. Darum gestalte ich meine Giveaways immer wie folgt. Und zwar müsst ihr einfach nur aktiv hier sein für 14 Tage. So lange läuft das Giveaway. Aktiv heißt, ihr guckt einfach so wie es euch passt, so wie es dir am besten passt. Guckst du dir die Videos an, wenn du Zeit hast. Wenn du Lust hast, kommentierst du. Kommentieren ist natürlich für mich der leichteste Punkt zu erkennen, dass jemand aktiv ist. Aber natürlich sollten diese Kommentare dann eben echt ausfallen. Nicht einfach nur ein gutes Video oder mach weiter so, sondern ich sehe bzw. kann herauslesen, ob ihr das Video wirklich gesehen habt oder nicht. Und könnte auch im Notfall überprüfen, wie viel Zuschauerbindung jemand hat. Was ich aber eigentlich nicht mache. Also die Leute, die hier praktisch den Längeren in der Hose haben, sind einfach die aktiven Boys und Girls. Girls und Längere in der Hose. Naja. Hallo Monsieur. Ihr wisst ja schon, was es gibt und zwar das Knife. Das habe ich jetzt diesmal ganz am Anfang gezeigt. Es gibt hier auf diesem Kanal immer wieder Giveaways. Oh, hallo. Und auch auf Twitch gibt es immer wieder Giveaways. Aber dieses hier ist eben ein reines YouTube-Giveaway. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut in den Livestreams. Heute ist übrigens wieder ab 18 Uhr einer. Und ich streame generell jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Aber ihr müsst für einen YouTube-Giveaway nicht auf Twitch sein. Ihr müsst da nicht zugucken. Ihr müsst kein Follower sein und kein Abonnent auf Twitch. Piepapo. Ihr müsst da nichts machen. Ihr könnt es machen, um mir eine Freude zu machen. Aber ihr müsst es nicht. Also um hier nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Was ihr machen müsst, in Anführungsstrichen. Ihr müsst einfach für diese 14 Tage aktiv auf diesem YouTube-Kanal sein. Also so wie es euch eben passt, schaut ihr euch die Videos an. Ohne jetzt großartig meinen eigenen Rücken zu streicheln. Sag ich mal, dass sie nicht schlecht sind. Es sind so gut wie immer extrem fresh geschnittene, kurze Highlight-Videos. Ihr könnt auch gerne in die vergangenen Videos reinschauen. Also ich habe da eine Playlist, die verlinke ich euch hier unten. Das ist meine Macht-Spaß-Playlist. Da stelle ich einfach Spiele vor. In einer sehr schnell geschnittenen, kurzweiligen Art und Weise. Also praktisch reine Highlights. Das heißt, da habt ihr auch dann nicht lange dran zu gucken. Die gehen dann vielleicht 5 oder 6 Minuten und das war's. Oh, was machst du denn bei uns? So sag ich... Er füstet mich! Oh nein, oh nein. Huwei. Mich hat einfach ein Handy gedödelt. Warte mal, ich verliere jetzt gerade. What the fuck? Nein, 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 nein. Geh mal da oben runter, du Dreck. Sag. Du Dreck. Alter, mit der Pump bin ich aber auch echt am Struggle. Stopp. Halt. Halt, stopp. Bleib hier. Komm zurück. Oh nein, oh nein. Oh nein. Manchmal baue ich auch so kleine Codewörter in meine Videos ein, wo ich dann halt so was sag wie ja und wer jetzt übrigens noch einen Random Skin gewinnen will, schreibt einfach kurz Kartoffelsalat in den Kommentaren und dann kann man halt einfach einen Skin gewinnen. Alter, kann ich vielleicht mal die verfickte Schrotflinte weglegen? Ich bin seit Jahrzehnten jetzt an dieser scheiß Schrotflinte dran. Dankeschön. Das geht doch. Weißt du, mit dem Rest rennt's. Aber Schrotflinte, Mann? Ne. Und die ganzen Kackvögel bauen dann schön ihren Vorsprung auf mit ihren coolen Waffen. Ja, ihr wisst, was zu tun ist, um hier dran teilzunehmen. Versucht so aktiv wie möglich zu sein. Man muss nicht jedes Video schauen, wobei ich im Moment auch nur jeden zweiten Tag was hochlade. Und da die Videos im Schnitt eben nur, ich sag jetzt mal, sechs Minuten lang sind, ist es, glaube ich, kein Act, dann sogar doch jedes Video anzuschauen. Aber ihr müsst das nicht machen. Einfach aktiv sein. Wir zeigen, dass ihr versucht, euch meinen Content anzuschauen in dieser Zeit. Und vielleicht, und das ist das Ziel für mich bei diesem Giveaway, dass ihr dann vielleicht sogar als mittelmäßig aktiver Zuschauer oder immer wiederkehrender Zuschauer immer mal wieder bleibt. Also mir erhalten bleibt. So habe ich schon sehr, sehr viele Zuschauer aufgebaut. So habe ich meine Top, in Anführungsstrichen, Fans eben aufgebaut. Und sogar Leute aufgebaut, die mir die Skins, die ich weghau, auch einfach schenken. Was es nicht heißen soll, dass mir irgendwelche Skins... Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Einfach so ein bisschen die... Kackwurst. Einfach so ein bisschen den Horizont erweitern. Nein, nein. Nein, Monsieur, mit seinem scheiß Knife will er hier den Kollegen... Oh, Natzen. Heute mal nicht erster geworden, ausnahmsweise. Komm, ausnahmsweise. Dieses Giveaway läuft, wie gesagt, 14 Tage. Nach diesen 14 Tagen wird der Gewinner von mir festgestellt und in einem darauffolgenden Video genannt. Also in dem Video sage ich dann, übrigens Leute, im letzten Knife-Giveaway hat Hans Wurst gewonnen. Und dieser Mensch, also in dem Beispiel Hans Wurst, schreibt dann einfach unter das Video, oh cool, ich habe gewonnen, hier ist mein Trade-Link. Und dann schicke ich demjenigen den Skin zu. Das heißt natürlich am Ende noch gesagt, dass man am besten halt nach den 14 Tagen noch zwei oder vier Tage länger aktiv her schaut, wenn man jetzt wirklich nur für das Giveaway da ist und danach wieder gehen möchte, dass man halt dann noch 16 bis 18 Tage da bleibt, bis man das Video geschaut hat, wo der Gewinner bekannt gegeben wurde. Weil dann kriegt man seinen Gewinn nicht mit und kann ihn dann nicht zugestellt bekommen. Also wenn ich dann 14 Tage auf den Gewinner warten muss und er sich nach 14 Tagen nicht meldet, also weitere zwei Wochen nach dem Giveaway, dann gehe ich davon aus, dass der jenige scheinbar nichts gewinnen will. Also er es nicht ernst gemeint hat, nicht wirklich ernst die Sachen aktiv guckt und somit einfach verpasst hat, dass er gewinnt. Und das ist eben bei uns der Schutz, um Skingeier abzuglocken. Also jemand, der sagt, oh geil, da kann ich vielleicht geschwind einen Skin abriggen oder sowas. Das ist nicht so einfach. Eben wegen unseren Vorsichtsmaßnahmen mit der Aktivität und so weiter. Und wer sich fragt, warum das so ist. Alle Skins, bis auf dieses Knife, das jetzt rausgeht, das ist ja von Skin Baron, sind, also die Skins, die ihr hier eben sehen könnt, sind von meiner Community an mich geschenkt worden, also verschenkt worden. Die meisten direkt mit dem Gedanken, hier hast du was für ein neues Giveaway. Auf Twitch läuft übrigens gerade ein Giveaway für diese Handschuhe. Noch bis zum 9.9., also noch drei Tage. Wer da mitmachen möchte, muss dafür in den Stream kommen, da wird erklärt, wie es geht. Und um uns eben vor Skingeiern zu schützen, haben wir diese Aktivitätsgeschichte aufgebaut. Ja, soweit, so gut. Ab heute, 14 Tage Laufzeit. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, dass wir wieder ein paar neue Gesichter dazubekommen, die dann einfach am Start sind. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Ich freue mich auch einfach, wenn ich euch eine Freude machen kann. Haut ordentlich rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und hier kommt jetzt die Playlist. Auf der rechten Seite ist die Playlist. Punkt, Punkt, Punkt. Macht Spaß. Guckt euch mal an.